Moin. Moin. Ja, da hoch. Wo rum daddelst du eigentlich die Hele-Tit mit dem Handy rum? Den Klüsen sind halt ziemlich eckig. Na ja, ich versuch gut zu finden, was da mit moderner Technik auf sich hätte hier. Oder schall. Ja, und was soll das? Na ja, mein Handy verscheint mich nicht. Ja, ich versuch die auch nicht. Ich will mich digitalisieren. Ich will mit WhatsApp und Co. völlig auf die Höhe werden. Ja, aber egal, was ich hier hingeben do, da kommt was anderes wie rot. Wir haben von da haben wie Kiege. So, nun wolle ich in die WhatsApp-Gruppe bloß schreiben, liebe Freunden. Ich hoffe, sie sind alle wieder gut nach Haus kommen. Ja. Ja, hier, Kiege. Leben von Corfu sind wir der goldene Huf kommen. Hä? Ja. Ja. Eigentlich wolle ich auch noch von meinem Frohgrüten laden, aber da tru ich mich gar nicht. Wer will, was da beruht kommen da halt? Ich sabbel da da einfach in. Mit Sprurgerkennung. Ach so, hier müssen sie. Ja. Ich schall übrigens noch ganz leih von meinen Frohgrüten. Axel Judith Town of Life von den Flugzeugen? Nee, gar nicht Judith. Nee? Nee. Ach so. Ich mag du mal. Ja, gib mal. Vielleicht kannst du da besser. Worum verstehst du ihm nicht? Wurm für ein Scheißmenü. Ja, du kannst auch wirklich wieder warten. Ja, das liegt an dieser Technik. Der kann eben nicht so ein Fichelinische Spruch vernünftig untereinander klamüstern. So ist das. Meinst du? Na gut. Ich bin klar. Ich bin eine echte Sprache mit echtem Gefühl. Das kann so ein Code-Handy nicht übersetzen. Nee. Ja, ist klar. Aber Pladic ist ja auch eine Sprache für Menschen. Ja, und Poppen. Und für Poppen. Ja. Und Pladic ist natürlich auch ein Stück Heim und das ist natürlich auch klar. Ja. Das stimmt. Wenn du sagst, ich komme aus Hamburg, du denken die Leute an Stau für den Elbtunnel, Fehltoilte, düre Wohnungen, Football in der 2. Liga. Aber wenn du sagst, ich komme aus Hamburg, du kriegen die Leute glosige Augen. Denk vor jetzt an Heidi Kabel. Rubio Jean-Feder. Olivia Jones. Ach, eben Reiche mit Aloha He und Fernweh, ne? Angela Merkel. Die kommt aus Hamburg? Jo. Du, den kann die doch mit unserem Bundestag einführen, da die von Tomolo Pladic diskutiert. Vielleicht kommt die denn mal auf den Punkt. Weißt du, mit Plad kannst du nicht lange rumsabeln. Das mag die andere so vor. Und wenn du nie wieder wälzt, dann sagst du einfach Jo. Oder Mut. Und dann wäden der anderen auch, da die gar nie wieder nur von Brug. Das stimmt. Bloß von den Jo gibt das hier so fünftig verschiedene von. Dann musst du an Klang genau gut hören, was die andere meint. Das kann so ein Siri oder Handy nicht. Jo. Jo. Und sonst? Ach Mut. Jo. Habt ihr nicht wüsst, dass Pladdeutsch kein Dialekt ist? Plad ist ein eigen Spruch. Ein Regionalspruch. Ja. Und der wird, der die Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensproken schützt. Der Sproken-Charta hält er Hand über Plad. Se will Plad als wichtigen Dial von uns Kultur aufsäkern und utbun. Ja. Und wenn sie da noch mehr überwäden wird, dann guck doch einfach mal auf www.liederdeutschsekretariat.de. Jo. 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 Jo.